Luna, wir werden immer zusammen sein. Warum siehst du mich so an? Was? Nein, schon gut. Du und ich, wir werden diesen Losern mal so richtig die Feier ruinieren. Was macht Emilia hier? Ihr solltet euch besser dran gewöhnen, denn ihr werdet mich jetzt öfter sehen. Das ist ein wirklich besonderer Moment. Und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, ihn mit euch allen zu teilen. Ich werde dir was sagen, Cousine. Pass lieber auf. In dieser Familie wurden so viele Lügen erzählt, dass ich nicht mehr weiß, was wahr ist und was nicht. Übrigens, stimmt es, dass du Sol Benson bist? Weil es das Team Gem and Roller nicht mehr gibt. Was? Wie bitte? Nicht mehr gibt? Was soll das heißen? Ab dem heutigen Tag existiert bei uns nur noch ein einziges neues Team. Die Red Sharks. Der Soundtrack zur aktuellen Staffel von Soy Luna. Jetzt im Handel.